Hoi da, hoi da, hoi da Hoi da Atmosphäre, ja Wo die hässlichen Kackkorn Labine ist Kackköpfe Oh nein, es kommt jetzt schon hinter Oh, ich war ja klar, dass das jetzt kommt, ey Ey, am Arsch Ja, danke, dass du mich zwingst dadurch Arschloch Na egal, die Laserwaffen sind gar nicht mal schlecht dafür Findest du? Ich fliege Ich fliege Alter, hallo Reicherbomb Ja und Pfff Idiot Na klar Piep, piep Piep, piep Oh oh, alter was für ne geile Granate Wow, wie weit fliegt das denn? Oh fuck, schon wieder falsch gedrückt, ich hasse das Was denn? Du musst einfach mal die neuen Granaten nehmen, hier Äh, okay Danke Hast du mich da runter geboxt? Ich war das nicht, du bist weiter gelaufen Ich hab nix gedrückt Idiot Wo komm ich denn, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier auf der Plattform Ja, ja Hach doch, er aktiviert eben Die Nerven hinter mir Ja, ich komm schon Wow Oh 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 oh, Explosion Explosion Aha Ja Sei denn für uns für ne Überraschung Ist sie schön? Ja Viel Spaß Ach hi Capture, kannst du dich mal wieder drum kümmern? Ich wohne hier nicht, ne? Nö Da auch nicht, schade Machst du schon, ne? Ne Sind das zwei? Ja, zwei Beinen Seiten einer Jeweils Danke, nur eins Ah, wo bist du denn Centus? Alter, bleib du mal vorne, bitte mal den Gegnern Hä? Ich stand da eben schon die ganze Zeit in der Ecke Na, dankeschön Ich bin den Geschützturm Ne, du bist nicht unbezahlbar Wow Was bin ich dort? Nicht Ähm Er ist Geschützturm Ist der Turm? Hä? Bis hinweg Wollte ich gerade drauf schießen Okay Wollte ich gerade drauf schießen Hier, jetzt gehst du zurück, mein Freund Ach, guck mal, der räumt doch schon auf Hä? Guck mal, mein Claptoy-Point schon drinnen auf Ja, ja, sondern doch Schau mal geil Oh Ich heil mich mal hier, schnell Oh nice Oh nice Was haben wir denn für ein Schild? Oh interessant Doppelgänger? Wer ist denn Doppelgänger? Ist das die alte? Deine Oma, freu sie nicht Deine Oma Hör mal Ich hab mal ein paar wiederholen Habe ich auch, Granaten Ich weiß, wenn dir etwas ins Auge fällt Wundervoll Das ist nicht zu zerkrachen Ach, die Laserdingern lade ich auf Ich hab kein Geld mehr Schlecht Deine Mutter sollte da sein, du kleines Gürtel. Ich hasse dich. Ich hasse mich da auch für, aber egal, das ist grad bei mir gut für den Badass hier. Oh je, schön. Brauchst du eine Laserwaffe? Die verbraucht nicht so viel Munition. Ich hab eine Laserwaffe. Der Rest so tier ich immer. Da kommen noch mehr. Boah, ja. Ja, ich nehme erst den Dicken oben. Was muss ich denn grad machen? Ach, du wärst du grad schon gestaltet? Oh, nein. Dankeschön. Ist der Verzack tot? Mhm, klar. Ich hab Verzack getötet. Ja. Ich hab ja schon auf Schrotwünter gewechselt, deswegen. Haha, ich war weggeschossen. Hey, Jungs. Wie war eigentlich hin? Weiß ich nicht. Oh, oh. Was kommt jetzt? Weiß ich nicht. Laserschoss. Hahaha. Geil. Gibt mir wieder was von Jack? Hehehehe. Hehehehe. Ist das ehrlich? Ich liebe das Borderlands. Nananananana. So lasst ihn bekloppt da immer. Doch. Doch. Ach, du bist schon da. Hm. Das reicht's hier. Ich muss das Tor ausräumen. Deswegen. Ja, woher die schlecht sind. Und jetzt dürfen wir wieder zurück, ne? Bestimmt. Hm. Der Fluss geht nicht durch. Geht zur Methanaufbereitungsanlage und sie nach was da los ist. Ja, halt's im Maul. Oh, noch ein Badass ey. Ernsthaft? Ja. 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 Das ist ja auch ein Gesang. Ich würde das verdast dir. Hm. Ich füder dich gleich mit Google, mein Freund. Hm. Alter, kommst du jetzt her? Alter, kommst du jetzt her? Ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Ach, ich bin ganz unten jetzt wieder. Hm. Ich wusste grad nicht, wo du bist. Deswegen. Wollte mal vorrätig. Nee, ich war auf der Ebene, wo wir die ganze Zeit waren. Nein. Doch. Nicht ganz unten. Nein. Bin weg. Guck ich jetzt raus. Ah, bei dir in der Nähe. Oh, Mondstadt liegt hier noch um. Oh. Überraschung von oben. War mir schon klar eben. In deinem Kopf besser. Ah, ich hab ne Überraschung für euch. Oh ja, ist mal da. Digges Drecksdinglein. Hehehe. Hehehe. Ich hab nur noch 97 Dollar. Na, Pech. Boah, die Dinger hinter mir nerven. Nein, nicht bei mir explodieren. Bitte nicht. Nerven die? Na, jetzt nicht mehr. Ich seh keine. Bin doch irgendwo bei der vorne. Hehehe. Hehehe. Du hast doch keine Höhenangst, oder? Nö. Such um nach dem Ventil. Ach so. Alter. Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Sag. Gummientchen. Centus. Guck mal schnell ich hab'n Gummientchen um. Guck mal. Ja, danke. Danke du sagst. Warum? Ich springe da durch die ganze Zeit. Ist doch voll geil. Ich fand das Gummientchen voll geil jetzt gerade. Guck mal das Viehpack da oben rum. Guck mal. Guck mal. Alter, friss die neuen Granaten ganz ehrlich. Friss! Danke. Autsch. Ich würd's anmachen. Guck mal. Guck mal. das war aus ich komme nicht mehr um die Arschgang hier unten und ich habe keine Emulsion mehr mein Freund da gibt es halt Dresche